Ich habe noch so eine Feder. Die Münze binden in einer Entfernung. Wasp ist das jetzt hier? Irgendwo eine Feder oder ein Pinsel oder was zum... Aha. Und der Award für die Ausgabe des Jahres kommt... Der User! Ich wollte es für Sie! Ich könnte jetzt die Mode anleihen! Einmal grün! Mode! Sehr schön! Das ist die Mode! Ich hoffe, das Spiel wird uns nicht gewiss. Wir sind die Mode. Die Mode. Wir werden das Ding nicht verletzen. Schrauben wir das Ding nicht. Jetzt bauen wir das Auge irgendwie... Ah, hier! Schrauben wir das Auge ab. Ja, das sink das Ding! Jetzt fahre ich aus. Dass die Kunden wir an Stress nehmen sind. Iche concentrated auf diese Machra,peace. Mensch, ich glaube, nicht zu trenieren. Hast du nicht mehr Fail? Man muss mein Video. mittel mal kurz. Erstmal. Die Wern Seg exercise dauert, Ich habe eine gelbe Kugel. Und was hilft uns das jetzt? Eine gelbe Kugel. Aha. Ach, die Kirsche. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Sorry. Ich benutze viel zu oft die Lösung hier. Ich weiß. Wollen wir den Schnee her? Hey, eine große rote Kugel. Wie eine schwarze Kugel. Denkst du, es wird den Trick machen? Ich hoffe es. Ich habe ihn nicht drauf. Also hier ist er noch. Aber ich habe ihn nicht drauf gesehen, weil es nicht so weit gibt. Das geht vor allem, dass er sich genauso viel zu tun hat. Okay, wo kriegen wir denn Schnee her? Schnee, Schnee, Schnee. Okay, ich muss doch irgendwas einfärben. Das ist schon wieder ein Blub, oder? nur die Entwickler. Haha, ein weiteres Spiel, wirst du dich verraten. Uh, hat das Spiel zerbricht? Echo! Echo! Ah, ich weiß, wo wir sind. Es ist ein Dictionary. Das ist, wo alle Dinge, die wir in der Spiel sind, sind geblieben. Das ist eine Art, eine Art, eine gebliebene Bibliothek. Nur die Entwickler, können diese Seite hinzubekommen. Ah, ja. Kliniker, Automaten, ein Eis, ein Zettel, ein Magnet. Ich weiß nicht, wie das ein Ziel weiterhilft. Gar nicht. Ja, die Kirsche, das weiß ich schon. Nein. Ich weiß nicht, was ist das... Die Kirsche, die Kirsche, vielleicht kann es als Schnee benutzen. Nein. Nachdem ist es nur Wasser in einem soliden Zustand. Aber wie können wir es erreichen? Ich kann was lecken. Ich kann was lecken. Ich kann was lecken. Ich kann was lecken. Mein Lieblingsprogramm. Schneegestöber. Nein. TV-Snow. Ha, 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 ha. Ich freue mich, User. Ich hoffe, dass dieser Schnee den Trick macht. So, wir haben jetzt mal eine Schneegestöber. So, wir haben jetzt mal eine Schneegestöber. Da geht's. Sorry, Mr. Wilhelm. Es ist für dein eigenes Gut. Ich denke. Okay. Wir haben alle die Dinge. Warum ist nichts passiert? Schau, es beginnt. Oh, ha. Watson, Mr. Wilhelm hat es einfach wie ein beechener. Vielleicht hat er allergisch an die Kirsche. Ich bin endlich frei von dieser der 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 ist. der 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 ist. der 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 ist. der 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 ist. der 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 ... 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 1,2,3,4 haben wir zur Verfügung ok Fehler und Bombe wir brauchen irgendetwas, was 1,2,3,4 umbringt 1,2,3,4 umbringt 2,7 1,2,1 1,2,1 das funktioniert sogar nicht 1,2,3 das ist am ersten noch drin aber 1,2,3 1,6,5 3,2,8 1,7 1,2,3 3,5 2,3,4 2,4,5 1,2,4,1 4,4,1,2,4 1,2,4,1,2,3,3,4 3,5,1,2,4 Schwert und Fegel, 1-5-6, das kann schon mal nicht gehen. Aha, ich kann nur noch 5 was machen. Das 2, kann man nur 5 machen. Ich brauche noch was mit nur 5. 2-3-5. 4-5-7-2-1-3-5, das könnte klappen. 1-3-5, da brauchen wir eine Bombe mit der Feder. Und wenn man die Bombe mit der Feder sitzt, dann wieder und fertig. 1-3-5-7-7- hiding Queenuka. Das balance ich. Und ich fau nach der Jahre DNA und die Summe wo ich 2 ent dran bin. Ich sehe natürlich falsch LGB. Rot-Grün-Blau ist das. LGB. Rot-Grün-Blau 315. 1-5. Genau so. Wie kannst du sagen das wieder? Wir haben geflogen. Nein, ich habe gerade gesehen die Exit. Das bedeutet, dass wir hier sagen, Good-bye. Geh'n Glückwunsch. Geh'n Glückwunsch. Geh'n Glückwunsch. Geh'n Glückwunsch. Geh'n Glückwunsch. Er ist weggeflogen in der Gäste. Wie werden wir ihn mitbekommen? Ja. Oh. Let's have a look around this street scenery. Huh. Wir können vor allem flestigen mich raus. Aha. Ich muss nochmal Sachen umdrehen. Jetzt können wir die irgendwie weglocken und locken. Hier ist die Frage, wie kommt man da rein? Irgendwann ist... Versuche das System zu finden. Diese bodenen... Weißt... Okay, das haben wir noch nicht versucht. So ist deprimierend. Bodenbefestigung... Ach, hier! Oha. Oops. Ich denke... Oh, der Grund ist nicht mehr da. Aber, woher sind die Charaktere? Das ist nicht gut. Da ist der Exit! Sherlock... Ich fülle. Hold on, Watson. Der Welt ist zu Ende. Alles ist falsch. Ich bin falsch. Ich bin falsch. London ist wahrscheinlich auf einer Fault-Line. Ich werde uns aus dieser Beste rauskommen. Ah, verdammt! Wir können sie nicht da bleiben, wie so. Lass uns versuchen, sie zur Sicherheit zu bringen. Richtig, bevor sie zu gehen. Okay. Entwinden, wenn sie nicht gemolken zerstört. Die können wir nicht kommen oder dienisse machen. ukeaving. Die kann learn to ring. Ah, 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 ah Vielleicht holen wir uns Weißen, ob das was hilft Wahrscheinlich gar nicht Wir retten den jetzt hier Die Badewanne Könnte die hilfreich sein Wenn die Fallen Hier sagt er irgendwas aha ich weiß ja wieso das haben wir ja schon versucht an der linken Seite ich weiß Das verstehe ich nicht. Aber hier wollen wir... Das ist gut drin. Jetzt haben wir hier wieder das Licht. Es bringt uns relativ wenig. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Okay. Aha! Hier ist ein Kna... Das hätte man mal wissen müssen. Das ist nicht so gut. Wir haben den Passagio für dich. Gehen Sie bitte, Herr Holmes. Auf geht's! Es gibt etwas für dich zu landen auf der anderen Seite. Auf geht's! Auf geht's, Watson. Wir werden über die Hälfte. 3, 2, 1... Gut gemacht, Holmes. Was ein unglaubliches Geist. Der Bauten hat uns zu verabschieden. Das Wettbewerb hat uns zu verabschieden. Ich habe nicht viel gesehen, wegen der Schrein-Inferenz. Aber... Die Jump-Animation muss auch fantastisch sein. Okay, User. Jetzt, dass sie sicher sind, können wir gehen. Auf geht's, Herren! Wir entsprachen für... die Inkonvenienz. Los geht's! Ich werde ihn noch mal sehen. Ich werde ihn noch mal sehen. Ich werde den Badewan noch mal sehen. Oh Mann. Oh-ha! Legend of the Secret! In der Spiegel Auf gehts Kapitel 3 Der Gute, der Böse und den Prozessern Das sieht sehr aus wie ein RPG Es ist genau das kind of Spiel, ich war bereit, zu sein bevor ich... Abandant Wir beginnen mit diesem Charakter Das ist das, was du immer in diesen Spiel machen Hero Wake up Wake up WAKE UP Was war das? Ganz genau Diese Stimme, bist du das? Ja, ja Du hast eine ziemlich tiefe Stimme Für eine Gute Ich fühle mich nicht gut Was geht hier vor? Die Prozessern ist in Gefahr Entflut von dem... ...Dunkele Nord Gefangenen gehalten in der anderen Dimension Das muss unsere Weg raus sein Ja, Hero, das ist es! Los geht sie! Ich bin abhängig gewohnt Ich bin abhängig gewohnt Davon muss ich aber die zwölf einigen Federn finden Auf die ganzen Welt verstreut sind Und acht kitzelige Wächter schlagen Und fünf sie sollen Fragmente finden Was? Ich sage, wir gehen direkt zum Dimensionale Tempel Wir werden es herausfinden, wenn wir da kommen Okay? Was ist das? Die Tür ist verschlossen Dann findest du die Schlüssel Es muss hier irgendwo sein Hier Hier Das ist nicht der größte Schmerz in der Schmerz In der Schmerz Sind alle Videogame Charaktere stupide, dann? Warum schaust du auf die Seite? Warum schaust du auf die Seite? Warum schaust du auf die Seite? Wo könnte du die Tür auf die Tür gelegt haben? Vielleicht hier auf den Schmerz Bist du derjenige, der alle einen Schmerz-User macht? Ich will den Schlüssel herunterbekommen Oh! Eine Kiste Was hast du getan? Der war wohl auf den Dachboden Ist Opas Truhe Sie war auf den Dachboden gelandet Ein Abschied gewohnt Ich weiß, wie man das vorliest Ein Hammer Ein Holzhammer Opas Schreinhammer Es ist komisch Ein Schreinhammer Es ist komisch Es ist komisch Ein Schreinhammer zu sein Es ist schon okay Mein Mut und meine Binde wird reichen Der End der Dicht Ein Schreinhammer Oh Was hat passiert? Hat der Glitschhammer das gemacht? Ich verwende, dass er die Sprite schreit Das schreit Oh! Ich dachte, dass ich die Schreinhammer hinter dem Dresser sah sah Ich kann kaum Ich komme noch nicht dran Alles was mich ein Schreinhammer zu knacken Ich benutze dir ein kleines Help Ja, ich versuche es. Schlüssel erreicht. Ich habe ihn. Es ist Zeit. Geh auf die Tür jetzt, Hero. Was jetzt? Unglaublich! Da ist eine Schlüssel. Eine Tür. Perfekt! Wir können endlich mit dem Spiel aufkommen. Die Quest meine ich. Eine klingene Landschaft. Und wir haben drei Leben. Man kennt's. Der Weg zum Tempel wird durch diese Büsche verstärkt. Hast du was für sie mit dem Schwerz des Lebens? Der Schwerz des Lebens? Ja, das klingt wie eine gute Idee. Der Schwerz des Lebens ist irgendwie rüber. Tja. Oh nein. Was ist passiert? Nein, ich denke nicht. Ich muss vorsichtiger sein. Das ist ja vielleicht drüber. Ich muss hier was ruhig und drüber legen. Okay, das klappt so nicht. Ich muss noch ein kleiner machen. Ach, komm schon. Ich habe das schon gar nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt. Die Sprache. Ich glaube ich kann die Krone zeigen. Und woinander ich etwas anderes was wir drüberlegen können. Was für ein Loch? Nicht mit dem Kratzer. Nicht! Was für ein Unterfassungsgleich? Das ist... Smart. Smart. Wir posten die Map. Wir posten die Map. Vielen Dank.